Das ist einfach die Frage, die wir uns stellen müssen, welches Problem löst du mit deinem Betrieb? Wir werden es nicht schaffen, das billigste Produkt zu produzieren. Dafür passt unsere Topografie nicht, geografisch, unsere sozialen Bedienungen, lasst es einfach nicht zu, die billigste Milch, das billigste Fleisch, das billigste Getreide zu produzieren. Solange man mit dem Überleben von Menschen Geld verdienen kann, sei es jetzt in der Medizin, aber vor allem in der Pharmaindustrie, dürfen wir auch mit der Produktion von Lebensmittel Geld verdienen. Das habe ich dir jetzt schon oft aus deinem Munde gehört, Bauer sein ist sozusagen der schönste Beruf auf Erden. Ich sehe das genauso, würde das um nichts auf der Welt aufgeben. Wir müssen wieder Kapitän werden auf unseren Betrieben, wissen, wo es hingeht, die Segel so setzen, dass sie in den Rahmenbedingungen, die wir haben, Gegenwind, Regen, was auch immer, dass sie richtig stehen, damit wir ans Ziel kommen. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen haben wir den schönsten Job der Welt. Herzlich Willkommen zum Podcast von Landschaft leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich darf ihn heute einladen zu einem ganz besonderen Podcast. Ich habe heute bei mir den Josef Rohrecker. Er ist eigentlich Meteorologe und hat aber irgendwann einmal die Liebe zur Landwirtschaft, zur bäuerlichen Welt entdeckt. Und ich habe ihn Josef vor einem Jahr schon kennenlernen dürfen auf der Bühne. Da haben wir damals schon gedacht, Wahnsinn, ein unglaublich interessanter Typ, was der so von sich gibt. Wir haben uns dann immer wieder vorgenommen, wir treffen uns und tauschen uns einmal aus. Das ist dann leider nicht gelungen. Und vor einigen Wochen war ich dann wieder bei einer Veranstaltung. Und wir haben dann gemeinsam auf der Bühne stehen dürfen und ein ganz neues Format in der Diskussion ausprobieren dürfen. Und er hat dort so viele gute Sachen und gescheite Sachen gesagt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte euch das nicht vorenthalten und darf euch da wirklich heute ankündigen, einen gewaltigen Podcast. Und das kann ich jetzt schon sagen, ich übertreibe nicht, weil ich einfach auch schon im Vorgespräch total fasziniert war von seiner Einstellung, von seiner Sicht auf die bäuerliche Welt, auf unsere Landwirtschaft. Und es geht heute wirklich auch um die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft. Es geht um Lebenslügen, denen wir selber alle wieder aufsitzen, von denen wir nicht gefeit sind. Und ich will mir heute ein bisschen diese Lebenslügen anschauen, uns vorknüpfen. Aber ganz, ganz wichtig, ich glaube, wir können heute auch einen gewaltigen Ausblick für die österreichische Landwirtschaft liefern. Der Podcast richtet sich wirklich an alle. Die sagen, ich will nicht alles essen, was man sozusagen aufs Teller gelegt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die etwas ein bisschen genauer hinschauen wollen und die auch bereit sind, in die Zukunft zu gehen, in der Landwirtschaft vor allem. Und ich denke aber auch für Konsumentinnen und Konsumenten im urbanen Bereich ist der Podcast hochinteressant, weil man vielleicht einmal einen Einblick in die Landwirtschaft kriegt, wie sie funktioniert, wie sie arbeitet. Man kann einen Blick hinter die Kulissen werfen und das gelingt halt da nicht jeden Tag, weil wir ja da auch verführt werden, Verwerbung von politischen Botschaften. Und da wird der Podcast heute ganz schön viel auflösen. Josef, jetzt komme ich zu dir. Danke, dass du da zu mir nach Schlappen gekommen bist und dass es jetzt endlich klappt. Und ich freue mich, dass das Gespräch jetzt nicht nur zwischen uns zwei ist, sondern dass dich ganz viel hören, dürfen und können. Wie gesagt, ich bin der volle Fan von dir. Ich finde das total faszinierend, was du magst. Aber erzähl einmal, eigentlich für mich hast du dich vorgestellt als Meteorologe. Was ist da passiert? Warum passt du heute zu mir in meinem Podcast? Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, komme aus Oberösterreich, aus dem Müllviertel. Und die Landwirtschaft ist eigentlich schon ein ziemliches Lebensthema bei mir. Ich habe nämlich sehr bald in meinem Leben beschlossen, ich werde Bauer. Und habe dann irgendwann einmal erkannt, ich war vermutlich mit sechs oder sieben, dass man einen Bauernhof braucht, um Bauer zu werden. Und insofern war dann dieser Traum irgendwie einmal Adapter gelegt. Und ich habe eine zweite Leidenschaft erkannt, nämlich den Schnee, lustigerweise. Und zwar nicht aus einer Wintersportperspektive, sondern einfach den Schnee als Schnee, wenn es schneit, als Zauber sozusagen. Und habe Meteorologie studiert dann. Und hatte dann die Chance, dass ich bei der Hagelversicherung anfange, bei Kurt Weinberger. Und hatte somit eigentlich einen Sweetspot erreicht. Wetter, Landwirtschaft, was gibt es Besseres, ja. Ich durfte dort Produkte entwickeln, aber auch das Wetterservice mit aufbauen. Und vielleicht wäre ich immer noch dort, wenn die Hagelversicherung nicht in Wien wäre. Weil an irgendeinem Punkt habe ich dann erkannt, alt werde ich nicht in Wien. Wien ist eine tolle Stadt, ich habe meine Frau dort kennengelernt. Aber ich wollte wieder zurück aufs Land. Habe dann Innovationsmanagement, auch Berufsbegleiter studiert. Und bin, war dann in diversen anderen Branchen auch noch aktiv. Und seit 2013 bin ich selbstständig und habe diese drei Themen, Wetter, Klima, Innovation, in die Landwirtschaft gebracht oder bringe sie in die Landwirtschaft. Das ist sozusagen mein Ansinnen durch Vorträge, Workshops, Seminare. Weil ich da einfach meine Leidenschaften verbinden kann, ideal. Und das sind sozusagen diese vier, wenn man so will. Und ja, das hat mich jetzt heute dahergeführt. Ich finde das total schön, weil ich sage aber, wo meine Vorträge das Wichtigste ist, wenn man was macht, dass man von dem, was man tut, begeistert ist. Dass man eine Liebe dafür hat, eine Freude dafür hat. Und das vermittelst du jetzt schon quasi in den ersten Sätzen. Du magst wirklich was, was dir total taugt. Absolut. Also ich sehe da einfach meine Begabungen gut eingesetzt. Ich sehe, welche Wirkung man hat bei Vorträgen, bei Seminaren, bei Workshops, wenn ich wirklich mit Landwirten an deren Betrieb arbeiten darf. Und zwar mit Methoden, die ich einfach aus der Industrie und Wirtschaft gelernt habe. Ich finde es oft so schade, wie viel es da draußen gibt und wie viele Unternehmen machen an Handwerkszeug, das aber oft gar nicht am Bauernhof so richtig ankommt. Da geht es oft um Ideenfindung oder sowas. Aber richtig strukturierte Innovationsarbeit auf den Bauernhof zu bringen, ist etwas, das macht mir wahnsinnig Spaß, da mit Betrieben zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen meine Kompensation des Nicht-Landwirt-Seins. Wobei, ich bezeichne mich immer als Gelegenheitsbauer, weil ich weniger Gelegenheit auslasse, doch landwirtschaftlich aktiv zu sein. Also ich bin auch Traktorführer, Scheinbesitzer, um da nicht illegal unterwegs zu sein. Okay, das heißt, du hüßt irgendwo bei Bauernhöfen mit. So ist es. Und kompensierst sozusagen das, dass du selber keinen Bauernhof hast. Das ist bei mir das Gleiche. Ich habe sehr viele Freunde, die helfen mir beim Heim. Ich habe gar nicht so viel Traktor, als wir als Freunde mit dem Traktor fahren wollen. Meistens sitze ich dann irgendwo am Feldrand und denke mir so, es ist zum Heim und ich schaue zu, weil meine Freunde alle mithelfen wollen. Und das taugt mir aber auch total. Und vor allem ist es nicht nur die Arbeit selber, sondern wenn man nach der Arbeit zusammensitzt, ein Bier trinkt, Jasen isst und sozusagen den Tag ausklingen lässt und auch wirklich das Gefühl wieder hat, man hat mit seinen Händen was gemacht. Und das ist ja denke ich auch das Schönste. Und du sagst, Albi, und das habe ich dir jetzt schon oft aus deinem Munde gehört, Bauer sein ist sozusagen der schönste Beruf auf Erden. Ist ich das genauso? Wird das um nichts auf der Welt aufgeben? Ist das so? Also aus meiner Sicht absolut. Und ich sehe mich da sogar bestätigt. Die ganze Wirtschaft spricht von New Work. Also New Work ist sozusagen diese Suche nach, wie muss Arbeit ausschauen in einer Welt des Überflusses. Wir sehen, Menschen wollen nur mehr Teilzeit arbeiten, alle wollen zur Grenz gehen, Weltreisen machen, was auch immer, wollen Sinn in ihrer Arbeit haben. Und Unternehmen beschäftigen sich massiv damit, weil sie sehen, sie können Mitarbeiter nicht langfristig halten. Hohe Wechselraten und so weiter. Und in diesem New Work Modell gibt es im Prinzip eine Erkenntnis, dass Mitarbeiter, die aus sich heraus motiviert sind, gute Arbeit bringen. Das ist keine große Erkenntnis, aber die Erkenntnis dahinter ist, ich kann niemanden anderen motivieren. Also ich kann nicht dich jetzt zu irgendwas motivieren, was du von dir heraus nicht willst. Und um intrinsisch motiviert zu sein aus sich heraus, braucht es drei Elemente. Das erste ist Autonomie. Also ich muss in dem, was ich tue, eine Freiheit, eine gewisse Freiheit zumindest haben. Es braucht die Möglichkeit zur Meisterschaft, dass ich besser werde, dass ich lerne, dass ich einfach merke, boah, gestern ging es nicht so gut, heute geht es besser. Und das dritte ist Sinn. Ich brauche Sinn. Es gibt jetzt viele Berufe, wo man sagt, das ist einfach nicht möglich. Wenn ich eine Zylinderkopfdichtung in einem Motor einlege, kann ich weder wesentlich besser werden, noch bin ich sehr autonom, weil das streng durchgetaktet ist und das Sinn ist annuell sehr eingeschränkt. Das ist wahrzunehmen und dem ist anders zu begegnen, dass es solche Arbeiten auch gibt, die getan werden müssen. Aber in der Landwirtschaft sind diese Elemente einfach so auf der Hand liegend. Ich bin autonom. Ja, es gibt Auflagen und so weiter. Aber im Wesentlichen, wenn man es vergleicht mit anderen Industrien, bin ich hochgradig autonom. Wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte, ja, was ich mache. Das zweite ist, ich habe wahnsinnig viel Potenzial zu lernen. In der Kulturführung, in der Tierhaltung, im Umgang mit Menschen, im Vertrieb, was auch immer. Überall kann ich lernen und besser werden. Und das dritte ist Sinn. Ich glaube, die meisten Landwirte können ihrer Tätigkeit einen Sinn geben. Leider ist die Erwartungshaltung, glaube ich, manchmal falsch. Aber was ist ein Sinn? Wenn ich direkt vom Markt habe bin, ist der Sinn, dass ich Menschen gute, hochwertige Lebensmittel gebe, von denen ich überzeugt bin und worüber sie sich freuen. Wenn ich ein klassischer Milchproduzent bin, der Menge produziert, ist vielleicht ein Sinn, dass ich einfach ein Lebens-, ein Grundnahrungsmittel zur Verfügung stelle. Aber mein Sinn kann genauso sein, ich bin ein Archehof, ich habe Biodiversitätsflächen, ich mache auch einen klimafitten Wald, was auch immer. Also es ist möglich, einen wirklich tollen Sinn zu finden und diese drei Elemente sind einfach da. Und das ist der Grundbaustein. Und was du vorher angesprochen hast, das Thema Selbstwirksamkeit ist natürlich noch einmal schöner. Also wenn ich irgendwo Halt spalten darf und am Abend schaut man dann zurück und sehe ich die Tristen, was man alles geschafft hat an diesem Tag, dann ist das ein gutes Gefühl. Ja, ist das nicht eigentlich, du sprichst jetzt was an in der modernen Welt und ich lese sehr viele Zeitungsberichte natürlich jetzt darüber, New Work, du sprichst das an. Der Sinn, ja, Selbstbestätigung, wir sitzen dann alle vor dem Computer, tippen irgendwas in der Excel-Datei rein und auf der anderen Seite du hast einfach Halt spalten und du hast wirklich das Gefühl, du hast was getan, oder? Das geht uns ja schon in der modernen Welt ein bisschen ab, oder? Vor allem im urbanen Bereich, du gehst in ein Büro, tippst, 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 aber was hast du am Ende des Tages dann wirklich erreicht, oder? Definitiv. Das ist oft eine Frage, du gehst raus, es war vielleicht ein 10- oder 11-Stunden-Tag und am Ende hast einen Bericht fertig oder du hast 47 E-Mails beantwortet. Also es ist leider unsere Gesellschaft schon so geworden, dass es sehr viele Jobs gibt, wo man sich echt die Frage stellt, was habe ich den ganzen Tag gemacht und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das ganze Thema Burnout und Sinnentleerung eigentlich so überhand nimmt, weil halt man oft diesen Sinn schon nicht mehr findet und dann auch die Wirksamkeit gar nicht mehr sieht, was habe ich überhaupt geleistet? Und das ist das Schöne, ein Bauer sein. Jetzt werden aber viele, die, die uns zuhören, auch bäuerliche Kollegen von uns werden sagen, naja, aber wir haben ja schon so viel Auflagen und Bürokratismus zum Erledigen, wir sind ja gar nicht mehr so frei in unserem Tun, was sagst du denen? Naja, also ein guter Reality-Check ist manchmal nicht schlecht. Also wenn man zum Beispiel die Finanzbranche anschaut, Versicherungen oder Banken, die haben ganze Abteilungen, wo Menschen drinnen sitzen, die nichts anderes machen als Berichte für die Finanzmarktaufsicht, für die Zentralbank, für die EU, wie auch immer. Die haben null Wertschöpfung, die werden bezahlt mit guten Gehältern dafür, dass sie Berichte liefern. Oder schaut ein Gewerbebetrieb an, was da für Auflagen sind, Arbeitsschutz, was alles gut und richtig ist, aber manchmal sind es ja kurioser Auflagen, was Notausgänge oder sonst was betrifft. Also Auflagen gibt es immer und ich glaube, das sind Rahmenbedingungen, die haben wir, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen haben wir den schönsten Job der Welt und das ist ja super, oder? Ja, ich sehe das genauso, aber ich glaube mir zwar, und es gibt natürlich viele, die was auch positiv im Blick auf die Landwirtschaft in Österreich haben, aber gerade jetzt ist die Stimmung sehr, sehr angespannt, hat sich natürlich über die letzten Monate massiv aufgebaut, die Bauern stöhnen, jammern, Betriebseinkommen passt nicht, sie sind in den letzten Jahrzehnten gewachsen, 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 noch intensiver, noch effizienter geworden und ich habe manchmal das Gefühl, es steht ja das Wasser bis zum Hals. Das heißt, das was wir da gerade beschreiben, das Schöne an der Landwirtschaft, dass ich eine gewisse Autonomie habe, dass ich Freiheiten habe, das sehe ich in Früh eigentlich schon fast belastend, weil sie sagen, ja, aber es geht sich hinten und vorne nicht mehr aus, ich arbeite rund um die Uhr, ich kann gar nicht mehr irgendwann einmal länger schlafen, ich muss wieder investieren. Was ist da eigentlich passiert in der Landwirtschaft? Warum haben wir so ein negatives Stimmungsbild? Warum schreien alle nur noch und sagen, sie können nicht mehr, wir gehen los auf die Politik, auf die Interessensvertretung und sagen, es müsste uns helfen, wir brauchen noch mehr Fördermittel. Josef, wie siehst du das aus Außenstehen? Was passiert da gerade in der österreichischen Landwirtschaft? Also was auf jeden Fall passiert ist, dass wir da eine unglaubliche Themen und Mengenwolke haben, die auf die Landwirtschaft einströmt, die selten sortiert wird. Also nehme ich zum Beispiel einfach in die Elemente, was ist mein Problem und was ist nicht mein Problem? Wir sehen das jetzt bei der Ukraine-Krise in meiner Sicht. Es kommt die Forderung, erstaunlicherweise auch aus der landwirtschaftlichen Interessensvertretung, bitte können wir alle Flächen unterm Flug nehmen, die es irgendwo gibt, damit man produzieren kann, weil uns gehen die Lebensmittel aus. Und wenn ich das höre, dann muss ich mich einfach wundern, weil ich als Betrieb, als einzelner Betrieb, muss eigentlich sagen, naja, dann steigen endlich mal die Preise, oder? Dann sind wir endlich mal in der Situation, dass die Preise für meine Produkte steigen. Also ganz ehrlich, als landwirtschaftlicher Betrieb darfst du überhaupt kein Interesse haben, dass jetzt mehr produziert wird. Es gibt, wenn man so will, einen Vergleichsmarkt, natürlich die Erdölindustrie. Auch da werden Rohstoffe produziert und wir einigen uns ja darauf, dass Weizen, Futtermittel, auch Milch und Fleisch in hohen Mengen einfach Agrarrohstoffe sind. Die Vergleichsbranche ist die Ölindustrie. Was macht die Ölindustrie, wenn die Nachfrage steigt? Nichts. Ja, die halten die Füße still, weil sie genau wissen, wenn die Nachfrage steigt, dann tue ich einfach nichts, gar nichts. Ich arbeite keine Minute länger, aber verdiene mehr. Und diese Analogie dürften wir uns auch aus der Landwirtschaft rausnehmen, dass wir sagen, ja, die Nachfrage steigt und wir produzieren jetzt sicher nicht mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, dem entgegenhalten, das ist ja unethisch, das ist ja Essen, das ist ja ein Nahrungsmittel. Dann halte ich dem entgegen, also solange man mit dem Überleben von Menschen Geld verdienen kann, sei es jetzt in der Medizin, aber vor allem in der Pharmaindustrie, darf man auch mit der Produktion von Lebensmittel Geld verdienen. Und was kann denn uns als mitteleuropäische Landwirtschaft jetzt ganz egoistisch gesprochen Besseres passieren, als wenn die Menschen wieder anfangen, wirklich zu überprüfen, ob sie sich das Essen leisten können? Erstens, was Wegwerfkultur betrifft, was ihr immer schön thematisiert, welche Mengen einfach achtlos weggeworfen werden, das wird sich ändern. Und ich glaube einfach, dieser gewisse Anspruch, ein Egoismus bei uns am Betrieb ist einfach hoch notwendig. Ein gesunder Egoismus, der einfach sicherstellt, dass wir gesunde Betriebe haben, wirtschaftlich, ökologisch, aber vor allem auch persönlich. Genau, aber das Gefühl habe ich gerade nicht mehr, dass wir gesunde Betriebe haben. Sie schreien extrem, wir haben Burnout auf den Betrieben, wenn man mit dem bäuerlichen Sargentelefon, wenn man dort redet mit den Verantwortlichen, die sagen, unglaublich, so viel Verzweiflung hat es schon lang nicht mehr gegeben. Wo haben wir uns wir da eigentlich eine diktieren lassen? Wir haben 1995 sozusagen einen Paradigmenwechsel gehabt von gesteuerten Märkten, sage ich einmal, geschützten Märkten hin zum freien Markt. Ich weiß noch, wie ich damals als Bauernburg bei den Veranstaltungen gesessen bin, die EU-Kind hat, ihr werdet alle reich werden, hat uns der damalige Minister gesagt, ihr müsst es nur produzieren. Gehen wir, gehen wir und natürlich, wir müssen Afrika ernähren. Ganz, ganz wichtig. Es ist übrigens bei der Wintertagung 2017 noch kommuniziert worden, bei der Ackerbautagung in Dulln, da ist noch ein deutscher Professor da, wo ich noch gesagt habe, ihr habt den Auftrag, Afrika zu ernähren. Und ich habe mir immer schon die Frage gestellt, was, Österreich, mit unserer Topografie, wir müssen Afrika ernähren. Ich sage immer wieder, schaut euch einmal an, wie groß Afrika ist und wie groß Österreich. Und was ist da passiert? Und du hast das letzte Mal auf der Bühne so schön genannt, Lebenslügen. Wir sind in der Landwirtschaft extremen Lebenslügen aufgesessen. Absolut. Mach einmal diese Lügen ein bisschen transparent. Also vorweg gleich einmal, es gibt in jeder Branche Lebenslügen. Also das ist jetzt nichts, dass die Landwirtschaft irgendeine blöde Branche ist, weil es Lebenslügen hat. Jede Branche hat ihre Lebenslüge, jedes Unternehmen hat sogar ihre Lebenslüge und wahrscheinlich sogar jeder Mensch seine Lebenslüge. Aber in der Landwirtschaft ist für mich die bedeutsamste Lebenslüge die, dass wir immer davon sprechen, dass wir Produkte erzeugen, dass wir Lebensmittel erzeugen. Das hört man jetzt wieder oder während Corona, wir waren systemrelevante Branche, das ist total wohl, wir haben eine systemrelevante, man wird gebraucht. Auf einmal vermuten wir, dass Wertschätzung daherkommt, die wir uns so sehr sehnen. Und darum reden wir davon, wir sind die Lebensmittelproduzenten, wir machen das Essen. Und ich glaube, da ist die größte Lebenslüge vergraben, weil 90% der österreichischen Betriebe keine Lebensmittelproduzenten sind, sondern einfach Agrarrohstoffe produzieren. Und mein Vergleich ist immer der, wenn ich mit 8 Tonnen Getreide beim Lagerhaus stehe, beim Örtlichen und dort abkippe, ist es genauso einfach ein Rohstoff und kein Lebensmittel wie ein Rückgewagen voller Holz, keine Ladung mit Tischen ist, sondern einfach Holz, ein Rohstoff Holz. Und wir haben jetzt da vielleicht ein Kärtchen gemacht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, nämlich als Betrieb kannst du verschiedenste Strategien wählen, wie du Wertschöpfung generierst. Und im Wesentlichen gibt es drei Strategien. Genau, das kannst du die Kamera halten. Und vielleicht so, ja. Die oberste Strategie ist die Strategie der Produktionsexzellenz. Betriebe, die so eine Strategie verfolgen, haben ein Ziel, nämlich operativ die Besten zu sein. Maximale Auslastung der Maschinen, hohe Automatisierungsgrad, Digitalisierung, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Also billiger, billiger, billiger. Das ist der Markt, in dem sie drinnen sind. Sie sind in einem Markt drinnen, billiger, 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 genau. Beispiel chinesischer Werbekugelschreiberproduzent, der ist da oben drinnen. Der sagt, ich habe meine Prozesse im Griff. Ich bin der effizienteste Kugelschreiberproduzent, den es gibt. Und mein Kugelschreiber kostet 15 Cent. Und dann ist er im Container bei dir am Loger. Und der Kunde sagt, Wahnsinn, das ist der billigste Kugelschreiber, den ich jemals gesehen habe. Und er schreibt sogar. Das ist der Anspruch, den der Konsument hat. Der sagt nicht, weiß der schön, kein einziger Grad, schauen wie der hält und so. Und der nach drei Monaten hin ist, sagt keiner Frechheit. Sondern jeder sagt, klar, das war ein billiger Kugelschreiber. Aber jeder hat quasi gesagt, du bist der tollste, lieber Chineser, weil du hast einfach einen tollen Kugelschreiber gemacht. Das heißt, da sind wir als Landwirtschaft hingegangen, oder? Das ist das Problem. Das ist, wenn man jetzt hört, welche Begriffe ich verwendet habe, das ist in der Beratung. Aber selbst, wenn du uns die Innovation Farm in Wieselburg anschaust, da geht es um Effizienz. Setzen wir Drohnen ein, dass wir da noch irgendwo drei Prozent sparen können. Setzen wir RTK-Systeme ein. Digitalisierung. Wir müssen rausholen, was geht. Warum? Weil wir derart wirtschaftlich im Eck stehen, dass wir wirklich glauben, wir müssen jeden Prozentpunkt noch aus unseren Kosten rausholen. Vollspaltenboden. 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 Effizienteste Form, billigstes Fleisch zu produzieren. Phasenfütterung bei den Schweinen genau abgestimmt. Die kriegen ja teilweise noch eine bessere Fütterung wie jeder Leistungssportler bei den Menschen. Weil wir genau sehen, wo, oder? Das ist diese Effizienz. Hochoptimiert. Ja, genau. Und mein Denken als Unternehmer in so einer Strategie ist eben genau fokussiert auf Effizienz. Das ist mein großes Mantra. Wir stehen da früh auf und denken, welchen Handgriff kann ich noch weglassen oder automatisieren. Das heißt, wenn ich jetzt Milchbauer bin und bin da oben in der Ding drein, müssen wir eigentlich denken, morgen möchte ich noch billiger Milch produzieren. Das ist der Punkt. Das Mindset vom Kugelschreiberproduzent, wenn wir die Analogie wieder herführen, der sagt, ich bin der Billigste. Du wirst keinen finden in ganz China, der billiger Kugelschreiber produziert. Ich bin der billigste Kugelschreiberproduzent und er verdient Geld. Wenn man das jetzt umlegt auf die Landwirtschaft, wäre das genau, wie du sagst, das wäre der Betrieb, der sagt, ich bin der effizienteste Milchproduzent. Niemand kann billiger Milch produzieren als ich. Meine Prozesse, ich habe alles im Griff, von vorn bis hinten. Ich stehe um 5 Uhr vor, alles im Griff, du hast uns alles perfekt getimt, alles. Und es wird niemand billiger sein. Das heißt, meine große Zielgröße ist Effizienz und damit günstiger Preis. Das ist das, wo die meisten Betriebe drinnen sind. Anhand der Begriffe, die ich verwendet habe, sieht man das. Man denkt genau über diese Dinge nach, Effizienzsteigerung und dergleichen, da sind wir drinnen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir fordern immer, dass wir behandelt werden wie jemand, der Produktführerschaft lebt. Ein Beispiel für Produktführerschaft ist Apple. Apple produziert Smartphones und hat absolut den Anspruch, das beste Produkt zu machen. Die kümmern sich erst in zweiter Linie um einen Kunden. Das haben schon 2008 bewiesen, als das erste Smartphone auf den Markt kam. Warum? Weil Marktforschung gezeigt hat, niemand braucht ein Smartphone. Nokia hat Marktforschung gemacht damals, um festzustellen, ob jemand ein Smartphone braucht. Und alle Menschen haben gesagt, nein, brauche ich nicht. Akku zwei Tage, meine Nokia hält eine Woche. Wenn es runterfällt, ist es hin. Meine Nokia ist schon fünfmal runtergefahren, wird nicht hin. Apple hat es trotzdem gemacht, weil sie an ein Produkt geglaubt haben, weil sie überzeugt waren von diesem Produkt. Und Apple lässt einfach den Kopfhörerstecker weg beim Smartphone. Das ist denen wurscht, dass alle sagen, hey, meine Kopfhörer gehen ja nicht mehr. Apple sagt, bei uns ein Produkt, das das Beste ist, gibt es das nicht. Das ist ein Anspruch. Die wollen Wertschätzung dafür, dass sie ein gutes Produkt haben. Prozesse und wie es bei Foxconn in China im Elektronikwerk wirklich abgeht mit Arbeitsrecht und Arbeitsschutz, das ist Apple zweitrangig. Weil die wissen genau, ihre Produkte werden gekauft wegen einem Produkt und nicht wegen der Produktion. Natürlich, und das ist dieser innerer Kreis, muss auch Apple schauen, dass eine gewisse Effizienz da ist. Die können auch nicht jetzt irgendwie produzieren. Aber es ist nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus da herunten ist Innovation und zwar nicht Innovation im Prozess, wenn wir es in der Landwirtschaft oft diskutieren, das ist ein innovativer Betrieb. Der hat kein System und der hat das und das und der ist ein innovativer Betrieb. Welche Fütterungsanlage, der ist innovativ. Das ist aber alles nur Innovation. Fütterungsroboter. Genau. Das ist aber alles nur Innovation im Prozess, im Produktionsprozess. Der da unten bringt die Innovation ins Produkt. Und da sind wir in der Landwirtschaft massiv schlecht. Wenn man schaut, wo kommen denn die ganzen Innovationen her? Alternative Proteine oder Laborfleisch oder Fleischersatzprodukte, die kommen sehr oft nicht aus der Landwirtschaft. Aber was machen da, wie schaut es da bei der Produktführerschaft mit dem Geld aus, mit dem Preis? Ja, da spielt der Preis, also da sind die Margen natürlich sehr hoch, weil du ein Produkt hast, das für das Produkt deswegen quasi bezahlt wird und nicht des Prozesses wegen. Das heißt, wenn wir jetzt... Ich muss das jetzt auch sagen, weil ich es zufällig weiß, in Österreich, wo das Apple-Handy, das iPhone 12 eingeführt worden ist, war das der erste iPhone, das es jemals gegeben hat und sie haben im ersten halben Jahr um 300% mehr verkauft von dem iPhone wie noch vom Över. Also es war das teuerste und gleich 300% mehr Verkauf. Das hat mich fasziniert. Es ist völlig wurscht, was das iPhone kostet, aber wenn das nächste 1700 kostet, werden wir es alle kaufen, oder? Genau. Das ist das, weil jeder das beste haben will. Weil wir den Wert des Produktes sehen. Und wenn man jetzt die Milch hernimmt, da sehen wir den Wert des Produktes nicht. Die ist im Überfluss vorhanden, die ist nicht speziell. Natürlich gibt es ein paar Sorten Milch, aber im Wesentlichen ist das alles ziemlich ähnlich. Erhaltungsformen vielleicht noch und sowas. Länger frisch und nicht länger frisch. Aber in Wahrheit ist jedem klar, das ist jetzt keine Besonderheit. Kaufe die Milch nicht, kaufe die andere Milch. Das ist völlig gut. Aber das heißt jetzt eigentlich, die Lüge besteht darin, dass wir eigentlich gern die Produktführerschaft hätten, auch das Geld gern gekriegten für die Milch, für das Fleisch, oder? Von Fleisch ist es ja ganz extrem, meiner Meinung nach. Aber eigentlich sind wir da oben unterwegs, oder? Wir legen uns ständig selber an. Wir wollen was, was wir gar nie erreichen können, wenn wir so aufgestellt sind. Wir fordern Wertschätzung für etwas, was wir gar nicht produzieren, wenn man es überspitzt formuliert. Das heißt, wir sind da oben in der Prozessführerschaft, in der Produktionseffizienz und fordern Wertschöpfung für tolle Produkte. Das wird dem Kugelschreiberproduzenten niemals einfallen, dass er verlangt oder dass er erwartet, dass jemand seinen Kuhligurt findet. Der würde sagen, ja was hast du glaubt für 40 Cent? Dass er hält drei Jahre? Wird keiner erwarten, dass dieser Kugelschreiber lang hält. Das fordert er von seinem Kunden noch nicht. Der will Wertschätzung dafür, dass er seine Prozesse, seine Rohstoffe, seinen Einkauf, seine Produktion im Griff hat. Dafür will er Wertschätzung und darauf ist er stolz. Der will Wertschätzung für sein Produkt. Vielleicht sagt er, ja bei den Prozessen könnte ich noch ein wenig besser werden. Das ist nicht alles ideal, aber mein Produkt, das ist perfekt. Und wenn wir jetzt trotzdem den dritten auch noch mitnehmen, nämlich die Kundennähe, auch den gibt es nämlich in der Landwirtschaft. Das ist so der klassische Hofladen. Wirklich der Laden oder vielleicht sogar in der Stuben oder im Hof irgendwo, wo verkauft wird, der braucht nicht einmal ein Logo. Der kann eine alte Eierschachtel vom Hof annehmen und seine Eier reintun, weil dessen Essert ist die Kundenbeziehung. Und wenn der Kunde zu ihm sagt, nein, kannst du nicht einmal Erdöpfe anbauen? Dann sagt er, ja gern, probier aus, nächste Saison gibt es Erdöpfe. Und der orientiert sich einfach nur am Wunsch des Kunden. Und der zieht Wertschöpfung aus Beziehung, aus dem Gesicht, das der Kunde hat, wenn er einen Speck übergibt. Daraus bezieht er seine Wertschöpfung. Genau, da ist es gar nicht einmal so wichtig, dass das jetzt der allerbeste Speck ist, sondern du gehst zu den Bauern hin, traugt er vielleicht als eine dreckige Handheld, was du sonst nie akzeptierst und der gibt dir das so um, weil du ihn einfach sympathisch findest und gut findest und es ist dann auch völlig wurscht, was das kostet, oder? Völlig, weil da ist die Frage, was ist der Wert? Da geht es nicht um Lebensmittelversorgung. Da gehe ich nicht hin, weil ich einen Hunger habe oder wenn man denkt, Erdöpfe kriege ich sonst wirklich nirgends. Da gehe ich hin, weil ich das Gesamtpaket will. Ich weiß, den unterstütze ich. Ich weiß, der macht das gern. Der ist authentisch. Natürlich muss das Produkt gut schmecken auch. Das ist ganz klar. Und eine gewisse Effizienz braucht der auch. Also zaubern kann der auch nicht. Dann geht es ja auch nicht aus. Aber der Nutzen, der Produktnutzen, den ich als Konsument habe, ist ja da ein ganz anderer und auf einer vielen persönlichen Ebene. Da ist der Produktnutzen, dass es ein extrem wertiges, durchdachtes Produkt ist und da ist der Kundennutzen, dass es günstig ist. So, das heißt, die große Lüge eigentlich ist die, wir haben uns als Landwirtschaft da herpositioniert, auch von der Agrarpolitik und ich glaube ja fast, dass die Verantwortlichen, die es ja wirklich gelappt haben, irgendwann 1995, dass wir es schaffen können. Ganz ehrlich, ich habe es ja mitgekriegt, auch bei den Ackerbauvertretern in Österreich, die wollten mit dabei am Tisch sitzen, wenn da die französischen Ackerbauern, die deutschen Ackerbauern mit Hunderten oder Tausenden Hektar da sitzen, wollten sie dazugehören. Oder? Das war da der Anspruch. Man wollte in der europäischen Agrarpolitik wer sein. Und bei den Milchbauern haben wir auch gesagt, da kommt der Strukturwandel, die werden noch ein bisschen größer und größer. Irgendwann sitzen wir mit am Tisch. Und ich glaube, also ich will ja da keine Lüge unterstellen, aber sie haben es wirklich gelappt. Wir schaffen das, wir werden irgendwann die billigste Milch produzieren können, das billigste Fleisch. Wir machen einfach all den Vollspaltenboden und wir können mit all auf dieser Welt mit. Glaubst du nicht auch, dass sie es wirklich selber gelappt haben? Also ich unterstelle ungern wirkliche Boshaftigkeit. Insofern glaube ich das auch. Wobei man muss trotzdem auch sehen, und der Franz Sillabell hat es in einem der letzten Podcasts gesagt, was ist denn der Auftrag der Politik oder der Agrarpolitiker? Am Ende des Tages sind es günstige Lebensmittel. Weil was muss ein Staat sicherstellen für seine Bürger, dass es keine Revolten gibt? Sicherheit, Energie und Lebensmittel. Ich glaube, ohne das jetzt von dir zu wissen, aber Recht für mehr braucht da nicht, um einmal grundsätzlich einen sozialen Frieden zu wahren. Und das ist vielleicht ja auch eine andere Lebenslüge, wenn man so will, aber in der Landwirtschaftsbote, Landwirtschaft herrscht oft so die Meinung, das Landwirtschaftsministerium würde die Interessen der Bäuerinnen und Bauern in Wien vertreten. Ich behaupte, das ist eine Fehlannahme, weil Ministerien an sich dafür sorgen, dass politische Entscheidungen und gesellschaftliche Wünsche in den jeweiligen Ressorts umgesetzt werden. Das heißt, das ist eigentlich genau die andere Richtung. Das Landwirtschaftsministerium kümmert sich darum, dass politische Anforderungen und gesellschaftliche Anforderungen in der Landwirtschaft umgesetzt werden. Und das führt dann, diese Fehlannahme, glaube ich, führt zu einer Haltung, die wir leider auch sehr intensiv sehen in der Landwirtschaft, die Suche der Lösung im Außen. die Politik, der Handel, der Handel, aber der Konsument, alle müssen irgendwas tun. Die sind ja dafür da, das gibt es ja nicht. Weil ich, ich kann nichts tun. Ich habe zwei Millionen Euro Schulden, was soll ich tun? Da könnte man die Frage stellen, wie es soweit gekommen ist, dass man zwei Millionen Euro Schulden hat. Also da ist die Frage, hast du dir vorher in deinem Betriebskonzept gut überlegt, welche Strategie du verfolgen willst? Weil, das ist vielleicht auch noch wichtig, diese Strategie muss ja auch mit deiner Persönlichkeit übereinstimmen. Wenn du Schweißausbrüche kriegst, wenn ein Spaziergänger bei deinem Hof vorbeigeht, ist wahrscheinlich der Hofladen nicht das Gescheiteste. Wenn du Freude hast an deinem Produkt und dir denkst, das Fleisch ist traumhaft oder die Schweine ist schon wieder super, was auch immer, dann bist du da gut daheim. Wenn du gerne in Prozessen denkst und du denkst, Wahnsinn, für die Wiesen war ich noch nie so schnell, dass ich es gemacht habe oder keine Ahnung, die Inhaltsstoffe der Milch oder die Leistungsmenge einfach meiner Kühe wieder besser geworden, Wahnsinn, dann bist du da oben daheim. Aber das ist eine Persönlichkeitsfrage vorweg einmal. Das muss man für sich beantworten. Es kann nicht jeder einfach sagen, jetzt stucke auf, 80 auf 160, Melkroboter, Fütterroboter, zack, zack, zack. Das kannst du schon machen, aber dann darfst du dich nicht wundern, wann dein Produkt nicht wertgeschätzt wird, weil die Wertschätzung würdest du erfahren über deinen Prozess, über deine Produktionsanlage. Wenn du willst, dass dein Produkt wertgeschätzt wird, zum Beispiel die A2-Milch aus Oberösterreich, die machen ein Produkt, das ist ein Produkt. Die werden wertgeschätzt dafür, dass sie bestimmte genetische Kühe haben und diese A2-Milch produzieren. Da ist der Prozess wieder zweitrangig. Ich muss so lachen, weil mir fällt gerade ein, ich höre jetzt ganz viele Bauern in Oberösterreich, 100, 120, 150 Kühe, die sagen, es geht nicht mehr und sie kommen hin und fahren nicht mehr zusammen. Mich hat vor zwei Wochen ein Bauer in Pinzgeugland, ein Junge, sehr motiviert, ich glaube 8 oder 9 Kühe hat er im Stall, vermarktet alles selber direkt, hat absolute Produktführerschaft, also wirklich beste Qualität, totale Kundennähe und er macht doppelt die Buchhaltung, hat mir die gezeigt und er hat ein Betriebseinkommen, wo du nur so schaust. Unglaublich. Also ich war echt begeistert und denke mir, der sitzt da mit 8 Kühen und hat alles im Griff. Also der hat ein Einkommen, das du nur so schaust und arbeitet natürlich viel dafür, aber hat eine Freude, eine Begeisterung, fährt Urlaub, aber trotzdem, also da passt einfach alles. Dann denke ich mir, wie geht das, dass einer mit 8 Kühen so drauf ist und ein anderer sagt mir mit 150 Kühen, du bei mir schwimmt gerade alles in Bochow. Und genau das, was du heute, und das gefällt mir so an dir, weil du das so auch so aufbereiten kannst. Ich meine, da ist jetzt ja jedem klar, wo wir unterwegs sind. Und da müssen wir es mal glaube ich hier zerschauen und Kunden, nicht jeder kann direkt vermarkter werden, da bin ich voll bei dir, wir werfen sich das ab und zu vor, glauben wir alle, ich will jeden in die Direktvermarktung reinbringen. Nein, ich weiß, dass wir in Österreich einen Anteil haben von 3 bis 4 Prozent und da muss der Mensch sein und ich habe ja einen Bauernland in Schlappming und mir geht es genauso, bei mir, wir haben Produkte von Bauern da, die kommen einfach ein paar der Tiere, die sind Originale, die sind authentisch an ein Ende und es ist völlig wurscht, was, sage ich einmal, das Kernöl kostet oder die Flaschen Wein und wenn der dann noch eine Produktverkostung bei uns im Heimatgold macht, ich schwere das, die machen ein Geschäft, das wurscht, was das kostet, aber er ist authentisch, er erzählt eine geile Geschichte und das passt einfach und da bin ich selber auch empfänglich total für das, weil es mir einfach taugt. und da sieht man aber, was der verkauft, ist ja vorweg nicht sein Produkt, sondern der verkauft ein Erlebnis, eine Erfahrung, Gefühle, das verkauft er, das ist ja ein Event, wenn ich da hingehe, ich gehe nicht zu einer Produktverkostung und mir denke, der Käse ist aus, im Kühlschrank gebraucht wieder Käse, jetzt geht es an eine Produktverkostung, das würde ich nie machen und das ist einfach die Frage, die wir uns stellen müssen, welches Problem löst du mit deinem Betrieb? Und wenn du 160 Kih und einen Mökrobotter hast, löst du das Problem der günstigen Rohstoffe. Du löst für den Agrarhandel das Problem, der Agrarhandel will was, günstige Rohstoffe, also mit hoher Qualität und das löst du einem, das ist dein Kunde, dem verkaufst du das, das löst du einem. Der, der zu dir in einen Bauanladen kommt und eine Verkostung macht, löst dir ein anderes Problem, nicht die Weltversorgung mit Käse oder mit sonst was oder mit Kernöl, der löst das Problem, dass die Menschen auf der Suche sind nach Erlebnis, nach Echtheit, nach Authentizität und so weiter und so fort. Der bedient eigentlich Sehnsüchte, oder? Genau. Der bedient Sehnsüchte, ja, genau. Und wenn der jetzt plötzlich dann, der könnte ja auch einen Fehler machen, der, was da unten ist, ja, und der sagt plötzlich, wow, das läuft so geil, jetzt gehe ich da in die Exzellenz, ich mache jetzt daheim das Kernöl, das geht noch alles besser und schneller. Ich lasse es in Slowenien pressen, da ist es billiger, dann fieße ich mir den Tankzug wieder auf. Genau, chinesische Kerne hole ich mir noch, weil die sind auch noch billiger und auf einmal wird er effizient, dann kommt vielleicht der Sparer oder der Piller und sagt, du, jetzt tust du es bei mir in die Regionalleck, nicht mehr rein, ich lief es dann auf einmal, ist er genau dort unterwegs, wo er nie hinwolltet. Genau. Und Vertrauen ist dahin und zwar nachhaltig und zwar für alle. Und das ist die große Gefahr, dass dieses Spiel mit Vertrauen über Regionalität, über Echtheit und so weiter, ein sehr dünnes Eis ist in manchen Fällen. Und das ist übrigens auch bei diesem ganzen Bauerncontainer, nennen wir es einmal, diese Selbstbedienungsbauernläden, ist auch das da unten die Frage, habe ich ein Produkt oder suche ich die Kundennähe? Wenn ich die Kundennähe suche, ist der Container das Falsche für mich. Weil da kommen Produkte rein, die auch austauschbar sind am Ende des Tages. Natürlich qualitätsvoll sein sollen, aber eigentlich auch austauschbar. Also wir haben einmal eins geklärt, nicht jeder in Österreich kann Direktvermarkter werden. Ich möchte jetzt mal vor, dass wir uns doch jetzt noch ein bisschen aufhalten. Eins hast du jetzt gesagt, wir gamen so gern ab, die Verantwortung. Wie hast du das du genannt? Wir suchen die Lösung im Außen. Wir suchen die Lösung im Außen. Das ist etwas, was ich in unserer bäuerlichen Welt ganz massiv beobachte. Dieses Schreien nach der Politik, dieses Angreifen der Interessensvertreter. Und jeder ist ein Todl und ein Depp. Und jeder würde es ganz anders machen, wenn ein Minister wäre in Wien. Ich behaupte einmal, und du hast das ja sehr angesprochen, auch was der Franz Zinnabell gesagt hat, die Agrarpolitik ist höchst erfolgreich. Wir haben noch nie so billige Lebensmittel gehabt in dieser Qualität. Eigentlich muss ich sagen, die EU-Agrarpolitik ist ja gar nicht gescheitert, sondern sie ist 100% aufgegangen. Also kannst du ja jedem nur gratulieren. Wir haben, sage ich einmal, einfach so viele Bauern gefunden, die was sich da reinreiten haben lassen. Jeden Tag hakeln, produzieren beste Qualität, haben eine höchste Lebensmittelsicherheit. Und der Konsument sitzt irgendwo in einer Wohnung und sagt, cool, der Butter schmeckt gut, die Milch, der Soja trinkt, was auch immer. Alles von bester Qualität. Und es kostet nichts. Wie geil ist das? Also ganz ehrlich, als Konsumenten sind wir ja da ein bisschen im Paradies gerade gelandet, oder? Also als Konsument, der sich nicht sehr aktiv mit dem Thema beschäftigt, ja. Wenn du dann beginnst, da einzutauchen und wirklich zu schauen, was ist sinnvoll und was dann vielleicht folgen von den Lebensmitteln, die ich kaufe, was haben die noch für Wirkungen, für Nachwirkungen in der vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungskette, dann ist es vielleicht gar nicht immer so einfach. Weil diese Produkte da oben natürlich alle standardisiert sind. Und ihr habt es ja auch einmal gehabt, dieser Anteil an gesunden Lebensjahren und so weiter, da stellt sich schon die Frage, ob das wirklich jetzt der richtige Weg ist. Weil der Anteil an gesunden Lebensjahren ist bei aller Preissensibilität quasi, aber ist nicht wirklich gestiegen in Österreich. Aber um auf dieses Schreien nach Hilfe sozusagen zurückzukommen, das finde ich so interessant, weil ja an sich eben in der Landwirtschaft diese Selbstwirksamkeit sehr sichtbar ist. Wir haben es schon gesagt, beim Holtzspalten, aber auch, du hast Gruppen, fährst mit dem Traktor, dreist dich um, siehst, was du gemacht hast. Das hat ja sonst nirgends oder ganz wenig. Und wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten, verlieren wir auf einmal diese Selbstwirksamkeit und rufen nach Hilfe. Das finde ich interessant. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Und ich möchte natürlich auch sagen, mir ist bewusst, dass viele Betriebe einfach jetzt nicht in der Situation sind, dass man super schlaue Ratschläge gibt aus dem Podcaststudio heraus, weil sie einfach zum Beispiel hochverschuldet sind, weil sie gerade investiert haben und sie das vielleicht nicht überlegt haben. Und darum glaube ich, ein Auftrag für die Gestaltung der bäuerlichen Landwirtschaft in Zukunft muss es sein, dass wir alle Betriebe, die jetzt an einem Punkt stehen, wo sie entscheiden können, weil es gerade übergeben, weil vielleicht alles obzeugt ist, weil sie neue Weichen stellen wollen, wie auch immer, dass wir die erreichen und rechtzeitig mit ihnen arbeiten im Sinne, was willst du wirklich und welches Problem willst du lösen. Weil wenn wir den da hinbringen, dass er sagt, naja, ich will der billigste Milchproduzent sein, weil ich finde Prozesse cool und ich finde effizienzlässig, ich will das einfach, dann passt es, dann soll er es machen. Der jammert dann auch nicht über den Milchpreis, weil er sagt, cool, es ist wieder billiger geworden, weil ich es geschafft habe, ich mache das, dass die billige Milch im Regal ist, das ist mein Verdienst. Alle anderen sagen, mein Milch wird verramscht, so billig, ich habe so viel Aufwand und dann, das passt nicht zusammen. Er kriegt ja gar nicht mit, dass er das verursacht, weil er das nie gecheckt hat. Jetzt kommen wir gleich zu einem großen Thema in dem Ganzen da. Wir haben ein Treffen gehabt vor wenigen Wochen in Schlappming, Agrarlandesräte und die CEOs der Lebensmittelhändler und da haben wir diskutiert, ob das sinnvoll ist, wenn wir jetzt über den Klimawandel sozusagen sprechen, wenn wir über die Lebensmittelversorgung sprechen, dass wir sozusagen immer noch diese brutale Aktionspolitik fahren. Und natürlich hat jeder gesagt, vor den CEOs, natürlich brauchen wir Aktionen, weil damit locken wir Kunden ins Geschäft. Und die andere Meinung war dann, naja, vor der Landwirtschaft, wir brauchen natürlich die Aktionen, um die Mengen weiterzukriegen. Wir müssen ja das Fleisch abverkaufen. Wir müssen, wir haben so viel Milch, wir müssen das ausschleidern, wir müssen die Lagerlagerung, Käselagerrahmen und, und, und. Und ich bin so da angesetzt, ich habe nichts gesagt, aber ich habe mir dann so für mich gedacht, kommt eigentlich keiner auf die Idee, dass wir vielleicht weniger produzieren sollten. Und das fasziniert mich sowieso in Österreich, auch wenn ich auf unsere Landwirtschaft schaue, wir schmeißen eine Million Tonne Lebensmittel weg. Also ein Drittel, was wir produzieren, produzieren wir für Müll. Ob das der Ochs ist, das Schweinderl ist, das Getreide ist, wir schmeißen eine Million Tonne in Österreich weg. Unglaublich die Menge an Geld, was wir da vernichten. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum tun wir das eigentlich? Warum produzieren wir mit so viel Kraftfutter, Milch, was wir nicht brauchen? Warum produzieren wir so viel Fleisch, was wir nicht brauchen, weil es eh keinen Wert hat, weil es wird verramscht an den Ende? Und da möchte ich jetzt von dir was hören, und vielleicht kannst du mir da Antworten geben, ich kriege für mich, je länger ich jetzt Landschaft leben mache, das Gefühl immer mehr, und ich habe es noch nicht so am Punkt bringen können, aber vielleicht schaffe ich das jetzt mit dir im Gespräch, ich merke einfach, dass ganz viel mit uns Geld verdienen. Es gibt ganz viel da draußen, und ich möchte jetzt nicht, dass wir ein glattig reifes Lagerhaus haben, oder irgendwen, und das geht es mir nicht, aber ich checke einfach irgendwie für mich, ein wenig mehr an dem Wahnsinn, was wir da als Bauern tun, immer mehr, 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 und die Kuh muss noch 500 Liter Milch produzieren, natürlich befriedigt ist mein Ego als Bauer, als Züchter vielleicht, oder wenn ich den höchsten Hektar ertragen habe, an meinen Weizen, natürlich kann ich mich dann hinstellen, ein paar Bierzeiten und sagen, ich habe so viel da nicht abgeerntet, hast du das auch zusammengebracht, natürlich Ego-Befriedigung, aber am Ende des Tages verdienen da einfach ganz viele andere Menschen, und ich sage dir was, und das ist meine Meinung, die haben höchstes Interesse, dass wir das nicht kapieren, die haben höchstes Interesse, dass wir wie blind im Blindflug da hinlaufen, und produzieren und produzieren, und nicht checken, dass wir einfach benutzt werden, ich weiß, jetzt ist das sehr hart, was ich sage, aber glaubst du nicht, dass das ein bisschen so ist? Also das ist aus meiner Sicht hundertprozentig so, ja, das ist ja auch der Grund, warum meine Bemühungen jetzt letztes Jahr gegipfelt haben, in der Gründung der bäuerlichen Innovationsgenossenschaft, auf zukunft.farm, also www.zukunft.farm, weil ich genau da eine Veränderung haben will, ja, wir sehen, wenn jetzt zum Beispiel Startups gegründet werden, oder ein gutes Beispiel ist die Firma Wiesenhof aus Deutschland, die Fleischbetrieb, also ein Zerlegebetrieb, aber auch ein Vertriebsbetrieb, hat 10% eines Startups aus Israel gekauft, das Laborfleisch produziert, jetzt kann man sagen, das ist Verrat an den Bauern, ja, aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das einzig Richtige, weil die sehen, die Welt dreht sich, die Welt ändert sich, und Laborfleisch wird irgendwann einmal eine Rolle spielen, wie groß auch immer, ja, jetzt müssen die natürlich Risikostreuung machen, wenn dann irgendwann einmal wer das klassische Händel nicht mehr kauft, sind sie super, wenn sie 10% Anteile von einem Unternehmen haben, das künstliches Fleisch erzeugt, ja, und anderes Beispiel, warum kommen diese ganzen innovativen Startups mit Proteinen oder Fleischersatzprodukten oder was auch immer, irgendwo aus der Nicht-Landwirtschaftsecke, warum machen, übertrieben gesprochen, zwei Berliner Wirtschaftsingenieurstudenten ein Unternehmen, das landwirtschaftlichen Betrieben den Marktanteil abgräbt, weil sie irgendein Produkt erzeugen, das zu Höchstpreisen verkauft wird, irgendwelche Riegel-, Trinks-, Milchersatzprodukte, die den Landwirten das Wasser abgraben, und diese Idee wäre es, hier einfach wieder den Gestaltungsanspruch der Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft in die Bauernhand zu legen und das ist der Grundgedanke hinter der Innovationsgenossenschaft Zukunft.farm, weil ich glaube, wir Bauern sollten die Zukunft der Landwirtschaft gestalten und nicht, und ich habe dieses Beispiel vom Kapitän, nicht wie ein Matrose am Segelschiff zu stehen und zu sagen, man kann bitte irgendwie einen Regen anschalten oder überhaupt kann wer den Wind ändern oder die größte Frage kann man bitte wer sagen, wohin muss, sondern wir müssen wie der Kapitän werden auf unseren Betrieben, wissen, wo es hingeht, die Regel, die Segel so setzen, dass sie in den Rahmenbedingungen, die wir haben, Gegenwind, Regen, was auch immer, dass sie richtig stehen, damit wir ans Ziel kommen. Und ich glaube, es ist aber auch niemanden zu verübeln, der Geld mit uns verdient, weil es geht. So funktioniert die Wirtschaft. Wo man Geld verdienen kann, wird Geld verdient, fertig. Und wenn wir jetzt in die Automatisierung, in die Technisierung schaut, ja, der lässt sich massiv viel Geld verdienen. Der jammert keiner, dass die Margen zu gering sind und man kann sich bitte meinem Mökroboter mehr Wertschätzung gegenüberbringen. Das wird dort nie wer sagen, weil die verdienen eh Geld damit. Und... Ich muss jetzt einmal, weil ich muss jetzt echt sagen, bist du deppert, das hast du jetzt unglaublich schön gesagt, genau das ist, bin ich der Kapitän auf dem Boot, weiß ich, wo ich hin will und ich steuere das und ich setze den Kurs oder bin ich Matrose und rege mich über alles auf. Weil ich war bei einer Wintertagung und da war die Diskussion nachher und dann steht ein Bauer auf und er steht sich dann hin und sagt zum Podium rauf, sagst du uns da endlich, was wir tun sollen und was wir machen sollen. Und hat da hinten auch Platz gekriegt. Und für mich habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wo sind wir gelandet? Ich muss mich als Bauer aufrichten und zu den Politikern rauf sagen, sagst du uns da endlich, was wir tun sollen. Wir sind nicht selber in der Lage, unser Ruder in die Hand zu nehmen, genau das, was du da auf der Folie aufgezeichnet hast, zu erkennen, wo sind unsere Stärken und unsere Qualitäten, sondern wir haben das Ruder, das Zepter völlig aus der Hand gegeben und hoffen, dass uns endlich wer da oben oder wer vom Außen hilft und sagt, ich weiß, wo es hingeht, oder? Das ist die ganz große Hoffnung. Das ist ja eigentlich, ich bin nur noch Matrose, ich bin nicht mehr der Kapitän von meinem Hof. Genau, ich bin Passagier, vielleicht bin ich nicht einmal Matrose, sondern mein Passagier. Ich fahre einfach mit und das passiert schon irgendwie. Und das ist ja ein Problem in der Landwirtschaft. Es gibt ja keine Branche, wo ich einfach produzieren kann und jemand nimmt das. Also wenn ich jetzt beschließe, ich mache jetzt Krippenfiguren und zum Krippenfiguren-Schnitzen anfangen, dann kann ich nicht nachher mit 100 Krippenfiguren wohin fahren und irgendwer kauft mir die ab. In der Landwirtschaft geht das. Ich fange einfach bei mir am Betrieb, ich muss das nicht mehr mit mir sagen, ich fange zum Produzieren an, dann fahre ich wohin und irgendwer kauft mir das ab. Ja, den Preis bestimme ich auch nicht selber, aber trotzdem, es wird mir abgekauft. Das ist ja eine, das ist eine Möglichkeit, aber natürlich eine Kuriosität zugleich. Ich finde das auch total witzig. Ich war vorige Woche auf einem Betrieb, der hat gerade zweieinhalb Millionen Euro in einen neuen Steuer investiert für 160 Kier. Und meine Standardfrage ist dann immer, ob er selber Milch trinkt. Dann hat er gesagt, naja, nicht, aber er hat einen Buben, der trinkt ein bisschen eine, die Dirndler nicht. Ich habe einen Spanien gefunden und dann, er hat jetzt so vor 70 Kier ungefähr auf 160 Kier quasi neu gebaut, zweieinhalb Mille. Und ich habe dann gefragt, sag ich, du hast da irgendwann einmal Gedanken gemacht, wer die Milch trinkt? Oder hast du mit der Molkerei geredet drüber? Weil das ist ja schon eine gigantische Menge, was da mehr, nein, sagt er, wieso soll der das? Nein, mit der Molkerei hat er nicht geredet und wie machst du das? Wer die trinken soll? Ja, sag ich, wir schwimmen in Milch in Österreich, ja, wir haben viel zu viel, ja, weil das Schönste war, wenn sie alle nach unserer Milch geiern würden und sagen, hey, wir haben keine Milch mehr, bitte, bitte, weil das ist ja, und das ist ja auch der Widerspruch der Molkereien, weil die Molkereien wollen ja auch, dass möglichst viel produziert werden, weil, und das verstehe ich ja, da mache ich keine Molkerei direkt, einen Vorwurf, weil der will ja nur eines, der will, dass seine Maschinen ausgelöst sind, oder? Ja, ich mache Ihnen schon einen Vorwurf, weil fast alle Molkereien in Österreich genossenschaftlich organisiert sind oder zumindest genossenschaftlichen Ursprung haben und jetzt muss sich auch eine Molkerei die Frage stellen, welches Problem löse ich für meine Mitglieder? Gegründet wurden sie, um den Milchabsatz für die Mitglieder zu erledigen. Ja, das ist der Existenzgrund einer Molkerei. Es gab, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab eine Molkerei, die hat bemerkt, dass viele Bergbauern anfangen, den Hofkäse zu bestellen und damit sich das auszahlt, dass der kommt, muss man ein paar Lieferzyklen auslassen, damit man ausreichend Milch im Hof hat, damit der Hofkäse kommt und die Molkerei hat gesagt, das stört unsere Prozesse, das ist ineffizient, da muss der Lastwagen dann vorbeifahren, die Routen funktionieren nicht mehr, du zahlst Strafe. Für jedes Mal nicht liefern Milch, zahlst du Strafe. Das war ihre Reaktion. Hätten sie gewusst, welches Problem sie lösen, hätten sie ihren Existenzgrund noch gekannt, nämlich, dass sie für die Bauern da sind, das Milchproblem zu lösen, dann hätten sie gesagt, Hofkäse, erzähl mir mehr, wie funktioniert das? Passt, wir kaufen drei Hofkäsemobile und wir lassen bei dir kasen, damit du dein Milchkleid direkt am Hof verkaufen kannst. Das wäre die Reaktion gewesen, wenn sie gewusst hätten, welches Problem sie lösen. Aber viele dieser Betriebe, und das soll jetzt kein großer Angriff sein, aus dem Glashaus heraus, haben halt angefangen, sich selbst zu dienen und das ist genau das. Sie haben gesagt, wir müssen Auslastung erhöhen, wir haben eine neue Produktionsanlage gebaut, die muss sie rechnen, das ist knallharte Betriebswirtschaft. Und wenn du anfängst, dass du es dich selber gehasst, dann rechnen sie das nicht mehr, das geht sich nicht aus. Und ich glaube, so dürfen auch diese vormals bäuerlichen, genossenschaftlichen Betriebe auch wieder darüber nachdenken, was ist ihr Existenzgrund eigentlich gewesen zum Zeitpunkt ihrer Gründung. Weil da merke ich natürlich auch in den Gesprächen, die sind nicht erfreut, wenn ich sage, die Bauern sollten weniger Milch produzieren, weil denen ist lieber, der Bauer lasst jetzt seine Maschinen aus und ob der Kastan abverkauft wird in Aktion, die Milch verschleitert wird, ist ihm eigentlich ja schon wieder fast egal, sage ich einmal, weil am Ende des Tages ist er ja, und das mache ich ihm jetzt nicht als Vorwurf, für seine Molkerei verantwortlich. Aber er ist immer nur da zu schauen, wie geht es den Bauern dahinter, weil der Bauer und dann bekämpfen sie ihn, ich finde das ja witzig, wir haben so viele Mulkereien in Österreich und jeder ist gegeneinander und dann sage ich oft, du, ich seid das Nachbarn, der ist bei der Mulkerei und der und es freut sich, weil der einen Cent mehr kriegt und der andere nicht und wieder umgekehrt, aber sie checken nicht, dass sie ins gleichen System gefangen sind. Also wir lassen uns ja da steuern. Schrecklich. Schrecklich eigentlich. Gegeneinander ausspielen und das alles in einem, ja. Und das unter Vorwand, das mag das, geht ja nicht anders, da ist halt so, statt dass wir uns einmal als Bauern hinsetzen und sagen, ja ist das eigentlich gescheit, was wir da machen, dass wir uns da rund um die Uhr gegenseitig ausspielen lassen und wer verdient dann an dem? Das ist ja der nächste Wahnsinn, ja, wer verdient an dem System? Natürlich ist es nicht die Mulkerei, das ist mir auch klar, aber man muss sich schon einmal überlegen, was wir da eigentlich insgesamt aufführen. Also wir eigentlich, ich sage es gerne, wir radieren uns ein bisschen selber aus, ja. Wir brauchen gar nicht am Tag. Wir reden alle, wir schimpfen alle über einen Lebensmittelhandel, nur der radiert uns nicht aus, das sind wir schon selber. Ja, man sieht das ja, keine Ahnung, ich denke jetzt an Pachtpreise, an Übernahmen und so weiter. Also es herrscht ja auch da ein großer Konkurrenzkampf, ja, in der Landwirtschaft selber. Da gibt es ja diese Zahl, ich glaube, du hast das auch unlängst genannt, wann es keine, also wenn das Bauernsterben sozusagen so weitergeht, wann gibt es dann keine Betriebe mehr, ja. Das stimmt natürlich so nicht, weil im Vergleich zum Wagner, wenn der jetzt Holzräder macht, wenn der gesagt hat, es gibt die Gummireder, Holzräder geht nicht mehr, dann hat der einfach aufgehört, den hat nicht der Nachbar Wagner übernommen sozusagen. In der Landwirtschaft werden die Betriebe ja übernommen, darum sagt ja Thomas Ressler, Strukturwandel dazu und nicht Bauernsterben, weil die Betriebe halt größer werden, ja. Also insofern herrscht auch da eigentlich ein ziemlicher Konkurrenzdruck, wer kriegt welchen Betrieb, ah, der hat bald auf, da muss man schauen, dass man und so weiter, Das sehen wir ja auch. Und zum Thema Selbstwirksamkeit, auch wenn es dazu passt, zum Flächenthema, wenn man jetzt drüber schimpft, alles wird so verbaut, so viel wird verbaut, dann muss man ja mal ganz ketzerisch sagen, vor wem stammt die grüne Wiese, auf der das Einkaufszentrum errichtet wird, ja. Also das heißt, auch da, wenn dann wieder ausgespielt wird, wie im Klimaschutz zum Beispiel, Biodiversitätsfläche gegen Verbauung von Ackerfläche, ja, ist ja auch in Landwirtschaftskreisen, dass geschimpft wird auf die Verbauung, die sind alle wahnsinnig, alles wird verbaut, ja. Und da muss man manchmal halt schon auch wirklich so frech sein und sagen, ja, von wem kommt denn die Wiese, und wer kriegt denn die Millionen dann? Ja, genau. Ich möchte jetzt ein bisschen so in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt eigentlich, jetzt muss ich mal schauen, auf unseren Countdown, schon 50 Minuten damit verbracht fast, das Problem einmal aufzuzeigen, ja. Und ich glaube, das ist uns jetzt wirklich eindrucksvoll gelungen. Wir haben uns in ein System reinzwängen lassen, wo wir geglaubt haben, wir werden geschaffen, wir werden die billigste Milch erzeigen können, das billigste Getreide, das billigste Fleisch, müssen aber bitte erfahren, dass es anscheinend auf der Welt den einen oder anderen Bauern gibt, der was billiger kann, das eine oder andere Land, was einfach mehr produzieren kann. Und ich glaube, das muss jetzt auch der Letzte in Österreich kapieren, mehr werden es nicht schaffen, das billigste Produkt zu produzieren. Dafür passt unsere Topografie nicht, geografisch, unsere sozialen Bedienungen, lasst es einfach nicht zu, die billigste Milch, das billigste Fleisch, das billigste Getreide zu produzieren. Das kommunizieren wir als Landschaftsleben, wir sagen uns auch, aber ich möchte es heute einmal ganz klar sagen, ja, und ich gehe mit jedem, mit jedem politisch Verantwortlichen, mit jedem Interessensvertreter in die Diskussion, er soll mir beweisen, dass wir das können, in Österreich, das billigste Produkt zu produzieren. Warum haben wir so viele Sachen ausgliedert nach China? Die haben andere Sozialleistungen, sage ich einmal, dort die Gehälter, wenn ich mir anschaue, das ganze Quant wird in China produziert, Antibiotika, sie können es billiger wie wir. Und so einen großen Schweinestall können wir gar nicht einmal irgendwo in Österreich installieren, bauen, damit wir so billig Fleisch produzieren können wie die Chinesen. Das heißt, das müssen wir einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Also wo liegt die Lösung? Da oben sind wir, 90 Prozent mehr, wollen die Wertschöpfung und dass ich es auch nochmal herholt, hierzu sozusagen, wir wollen die Wertschöpfung und die Wertschätzung vom Produkt. Das sind wir aber nicht. Das heißt, wo haben wir in Österreich müssen wir uns ja eigentlich in die zwei Felder bewegen. Die Kunden, das sind die Direktvermarkter, der was das kann, der was erfreut hat, dass er seine Leute kennenlernt, dass er die Rolle auch voll auslebt, die was er im Inneren ist. Das braucht er nicht spielen, der darf er nicht spielen, das muss er echt wollen. Und jetzt geht es um diese Produktführerschaft und da muss ich auch lachen, ich bin Gott sei Dank früh gereist auf der Welt und ich bin in Frankreich in Gegenden gekommen, da kultivieren sie Käse seit über 300 Jahren, einen einzigen Käse, einen Stamm, das musst du mal schaffen, 300 Jahre lang. Nur der Kass, wenn du den auf den Daumen kriegst, auf die Zunge kriegst, da passiert eine Geschmacksexplosion. Genauso habe ich es beim Fleisch erlebt. Da sind wir in Österreich ja eigentlich noch weit weg, obwohl wir so viel Milch im Regal haben, so viel Butter, so viel Käse, aber dort sind wir nicht unterwegs oder vielleicht ein paar einzelne. Also ein paar einzelne sicher, auch das ist vielleicht an der Grenze zur Lebenslüge, nämlich immer dieses Thema, wir haben die größte Qualität in Österreich. Die größte Qualität und Produktsicherheit und so weiter. Zur Qualität muss man sagen, Qualität liegt im Auge des Betrachters, vorweg. Das heißt, ist wirklich ein Milch von einer Alm-Sennerei qualitativ hochwertiger als aus einem holländischen Großbetrieb? Was ist Qualität? Keimzahl? Geschmack? Fett? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich meine, es gibt Definitionen von Qualität. Aber das heißt, da fängt schon mal an, dass wir einfach immer sagen, wir haben die beste Qualität, die beste Produktqualität in der heimischen Landwirtschaft und der Konsument irgendwie scheint das aber gar nicht so zu sehen, weil dem ist es dann wieder eher wurscht, ob das jetzt eine deutsche Butter ist oder österreichische Butter. Also da wiegen wir uns vielleicht in einer Scheinsicherheit. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Element, das es auch hier als Landschaftsleben sehr stark treibt, die Herkunftskennzeichnung in die richtige Richtung geht. Warum? Was zeichnet denn in dieser Definition ein Produkt aus? Es muss einmal unterscheidbar sein. Solange es nicht unterscheidbar ist, ist es einfach 100%iger Rohstoff. Ein Apple iPhone ist ein Smartphone, aber es ist sehr klar unterscheidbar und zwar schon immer unterscheidbar, wenn es irgendwo liegt. Du hast gleich gesehen, das ist ein iPhone. Und somit wäre das einmal dieses Mindestmaß, dass man mal weiß, wo kommt das Ganze her. Und da sehe ich allerdings, obwohl ich jetzt selber sage, wir dürfen nicht die Lösung außen suchen, aber da sehe ich die Politik gefordert, diese Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Warum? Wenn wir beim Konsumenten anfangen und sagen, der Konsument muss sich entscheiden und der muss nachfragen und so weiter, dann ist das leider sehr, sehr, sehr ineffizient. Es hört sich wahnsinnig richtig an, weil wenn acht Millionen Konsumenten nachfragen beim Wirt und im Geschäft nur das österreichische kaufen, dann hat das Wirkung. Ganz klar. Es gibt ein Beispiel, das zeigt, wie sowas von der anderen Seite betrachtet wird und zwar, das ist der CO2-Fußabdruck. Der CO2-Fußabdruck ist wahrscheinlich bekannt, also jeder kann sich ausrechnen, wie viel CO2 ich als Mensch ausstoße und kann dann beginnen, das zu reduzieren. Und das ist ja spannend, woher kommt denn der CO2-Fußabdruck? Wir haben schon einmal kurz gesprochen. Erfunden hat den BP, British Petrol, im Jahr 2006. Habt ihr das gehört? Ich habe das nicht gewusst, das hast du bei der Veranstaltung erzählt, du hast gesagt, das hat ein Tankstellenbetreiber, ja BP ist jetzt nicht der Tankstellenbetreiber, ist viel mehr. Ein Erdölproduzent. Ein Erdölproduzent hat den CO2-Fußabdruck hervon. Ich hätte eher an Grimpis gedacht oder irgendwas, aber... Das Spannende, warum haben die das gemacht? Ja, erzähl einmal, wie ist das gegangen? Also es gab eine Werbeagentur Ogilvy und Marta, die machen 1,7 Milliarden Umsatz, riesige Werbeagentur und BP hat 2006 gewusst, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann kommt irgendwann die Besteuerung am Bohrloch. Also es gibt ja nichts Effizienteres, als zu sagen, dort, wo Erdöl, Kohle und Gas entnommen werden, dort machen wir eine Steuer drauf. Nicht erst nachher beim Dapperwehr oder beim Dämmstoff oder beim Diesel, sondern vorher. Und irgendwo, das trifft uns voll, wir müssen dieses Problem möglichst weit wegbringen von uns. Und das ist am Ende der Wertschöpfungskette. Wir machen eine Aktion, eine massive Marketingkampagne zum CO2-Fußabdruck und bringen jeden Menschen dazu, sich darüber Gedanken zu machen, irgendwie effizienter zu werden, mehr spazieren zu gehen. Warum? Weil die Reduktion, die jeder Mensch macht, dann durch die Wertschöpfungskette durchdiffundieren muss und erst am Schluss bei uns ankommt und da gar nicht mehr so die Wirkung hat. Weil viele Firmen vorher das schon geschluckt haben. Aber auch da wieder, die Idee ist ja logisch. Wenn alle Menschen dieser Welt ihren CO2-Fußabdruck reduzieren, haben wir weniger CO2-Ausstoß. Das ist ja logisch. Aber es ist einfach brutal ineffizient. Und wir sehen, jetzt haben wir das Jahr 2022 und der CO2-Anstieg in der Atmosphäre ist immer noch ein nach oben gerichteter. Das heißt... Ja, aber wie geil ist das bitte? Da geht ein Erdölkonzern her, macht eine Marketingkampagne und wir alle, selbst ich, bin dem aufgesessen und habe nicht gedacht, da stimmt, ich habe einen CO2-Fußabdruck, ich darf nicht mehr fliegen, ich darf das nehmen, ich darf das nehmen. Und in Wahrheit haben sie einfach wirklich ganz schlau und höchst intelligent diese Marketingkampagne gefahren und wir fühlen uns all schuldig, ja. Und der, was wirklich verursacht, der, was das Öl aus dem Boden raus holt, den trifft es marginal. Der ist ein bisschen betroffen davon, aber wie du richtig sagst, der hat das ganz ans äußerste Ende nämlich zu uns verschoben. Und wir sind dem alle aufgesessen, die ganze Welt, die Konzerne wollen sich freikaufen, CO2-Zertifikate. Das wäre so einfach, ne? Es ist ja so geil, oder, was die geschafft haben, also denen musst du ja wirklich gratulieren. Denen musst du gratulieren, die waren ja Geld wert, darum verdienen sie 1,7 Milliarden. Ah, scheiße. Also die Werbeagentur nämlich. Und wenn man da jetzt die Analogie zieht zu den Lebensmitteln, dann müssen wir auch da schauen, eigentlich die Herkunftskennzeichnung gehört zur Quelle und das ist der Supermarkt und das ist das Gasthaus. Und nicht darauf hoffen, dass Konsumenten irgendwie umstellen. Und da müssen wir halt auch wirklich schauen, wie leichtfertig Rot-Weiß-Rot momentan zu haben ist, ist halt auch ein Problem. Wenn ein Schokoschnittenhersteller mit einer Rezeptur, die 150 Jahre alt ist, wirbt und der Hauptbestandteil ist Palmfett, dann kann das an sich aber nicht zusammenstimmen, weil vor 150 Jahren war Palmfett noch nicht so die bestimmende Größe. Und wie schnell einfach Produkte Rot-Weiß-Rot werden, um eben genau in Richtung Produkt zu gehen, obwohl es eigentlich vielleicht der Rohstoff sind, ist halt einfach leichtfertig. Und damit verspielen wir natürlich Chancen, die wir auch als heimische Landwirte eigentlich hätten. Aber da ist aus meiner Sicht natürlich die Politik massiv gefordert. Und jetzt fängt die Katze an, sich in den Schwanz zu beißen. Was will die Politik? Da sind wir ja dabei günstige Lebensmittel. Okay, über den Weg wird es nicht gehen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen wir zu dieser Produktführerschaft? Und ich denke, ein Beispiel war jetzt der Tierwohl, wo ich sage, das war ein aufgelegter Elfmeter für Österreich mit diesen Kleinstbetrieben, dass wir sagen, wir haben höchstes Tierwohl. Ich merke aber, wir wehren uns mit Händen und Fürsten gegen die deutschen Breschen hier zuvor. Qualität ist eben nicht nur Fett und Eiweiß in der Milch, sondern tausend Dinge mehr. Bis hin, wie begegne ich dem Thema Klima? Das heißt, ich sehe, und bitte korrigiere mich, aber ich sehe für Österreich leider nur diese zwei Wege. Das ist das eine Kundennähe, das ist die Direktvermarktung, das wird ein paar Prozent, vielleicht sind es irgendwann einmal 10 Prozent in 30 Jahren. Aber wenn wir es nicht schaffen in dieser Produktführerschaft, allein da oben wird das Laborfleisch kommen, dann geht es da sowieso dahin, dann wird es uns noch schneller ausratieren. Also wir müssen uns überlegen auf den Betrieben, wie wäre ich Kapitän auf meinem Hof und wie erreiche ich wieder eine Produktführerschaft. Und die werde ich wahrscheinlich mit 160 Gemüchkehren nicht erreichen. Genau. Und dazu muss man wirklich einfach, und das ist dieser Egoismus, den ich schon angesprochen habe, einfach wirklich auf sich schauen. Wir müssen uns als Landwirtschaft auf dem Erlösen von Selbstversorgungsgraden oder sowas. Also du auf deinen Betrieb, bitte kümmere dich nicht um den Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln in Österreich. Ja, aber das höre ich gerade von den Schweinebauern. Am Gotteswin, wenn wir da irgendwas verändern, wenn wir da jetzt in Tierwohlstelle investieren, wir sagen euch, wir verlieren die Selbstversorgung. Und du weißt, ob du aus dem Podcast mit Fritz Brehm, mit meiner Vorstandskollegin, mit der Maria Fahninger, gehört hast, der hat dann so etwas Schönes gesagt, der hat gesagt, du, ich produziere Bioäpfel. Und ich habe gar nicht den Anspruch, ich will gar nicht, dass ein Konsument diesen Bioäpfel kauft, der was nicht schätzen kann. Ich brauche nicht die ganze Welt mit einem Bioäpfelversorgung und nicht einmal Österreich. Dann haben wir es halt nicht mehr. Dann sollte der Konsument, der was sagt, mir ist das scheißegal, ich esse einen polnischen, konventionellen oder von irgendwo auf der Welt, der sollte ihn bitte essen. Und das war für mich revolutionär, weil er hat das erste Mal was ausgesprochen, was ich nicht einmal gescheit denken traue. Nämlich, dass wir uns von dem lösen, dass wir, genauso denken wie Apple, Apple hat nicht den Anspruch, dass jeder Mensch, auf der Welt ein Apple-iPhone haben muss, oder? Nein, haben sie nicht. Die haben überhaupt nicht den Anspruch der Weltversorgung mit iPhones. Die haben den Anspruch, dass sie hohe Produkte machen mit massiven Marschen. Das ist ihr Anspruch. Und um auf die Schweinebauern sozusagen, dieses Selbstversorgungsargument, das ist ja nur ein Versuch, sich Wertschätzung zu holen. Wir sind, wir sind Selbstversorgung. Aber wenn du der Einzige bist, dem das wichtig ist, dann wirst du damit kein Geld verdienen. Und offensichtlich ist es so. Offensichtlich ist es uns als Gesellschaft einfach nicht wichtig, der Selbstversorgungsgrad. Und dann muss man eben diese externen Gründe, wo man sagt, wie Herr, Selbstversorgungsgrad und so weiter, abgesehen davon, das Klammer auf, nur eine Produktion in Österreich zu halten, ist ja nur keine Selbstversorgung. Wenn wir jetzt daran scheitern, dass wir Betriebsmittel kriegen, oder Futtermittel, dann ist das ja alles keine Selbstversorgung. Also nur die standardgerechte Landwirtschaft wäre eine Selbstversorgung. Das heißt, auch da fängt schon mal an, sozusagen, dass das ganze Konstrukt eigentlich so gar nicht nicht stimmt, weil wenn wir abhängig sind von Importen, dann sehen wir jetzt, dass die Selbstversorgung ja gar nicht so weit her ist. Aber vorweg, du musst schauen, dass du auf deinem Betrieb einen wirtschaftlich gesunden Betrieb hast. Das ist dein einziges Ziel, nicht die Selbstversorgung. Und schon gar nicht, wenn es nicht zahlt wird. Und das heißt, das bedeutet wirklich ein massives Umdenken hier zu der Landwirtschaft. Und du hast es am Anfang erwähnt. Das Schöne ist jetzt aber die Biodiversitätsflächen. Wir freuen uns jetzt an, sagen wir mal, die 4 Prozent, die stellen wir jetzt zur Verfügung damit, dass wir ja nicht hungern. Aber eigentlich müssen wir sagen, es wäre gut, wenn Lebensmittel wieder einen Wert kriegen. Weil, wenn wir nur das Drittel nicht wegschmeißen, dann brauchen wir die 4 Prozent, die brauchen wir nicht. und wir konnten endlich einmal sagen, ja, bitte, dann gibt es halt nicht mehr mehr. Und vielleicht reißen sich die Leute dann plötzlich um ein Milchpackerl und sagen, hey, du hast noch etwas gekriegt, ich nehme mal, ich muss heute Wasser trinken. Was passiert dann? Ja, mei, dann trinkt ihr halt einmal Wasser. Und beim Getreide, ja, letztes Mal hat mir ein Bäcker gesagt, ja, es kann halt nicht jeder um 5 Euro ein Kilo Brat kaufen. Dann bin ich in Wien treiben, Josefsbrat, zahle ich über 10 Euro sozusagen für Bratlob, geht auch. und ich schneide mir einschnitten ab, ja, und ganz ehrlich, wir müssen eh eher schauen, über 50 Prozent der Menschen in Österreich sind übergewichtig. Ich meine, es ist ja zu beinhart, was ich sage, aber wir essen eh weit zu viel, in Wahrheit, oder? Ja, und abgesehen davon, das ist Sozialpolitik. Also, dass sich jemand etwas nicht leisten kann, muss wieder Sozialpolitik schauen, dass jeder genug zum Essen hat. Das ist nicht die Aufgabe von dir und deinem Betrieb. Also, das meine ich aber im Angang mit dieser Problemwolke, ja, also bitte kümmere dich nicht darum, dass sich jeder Brot leisten kann, ja, das ist nicht dein Thema, sondern dein Thema ist, dass es dir, deinem Betrieb, deiner Familie und deinem ökologischen Umfeld gut geht. Das ist dein Auftrag. Dafür bist du da, weil, wie du immer sagst, dein Betrieb ist, ich weiß nicht, 800 Jahre alt oder sowas, das ist der Auftrag, angetreten zu sein, diesen Betrieb in die Zukunft zu führen. Nicht dafür zu sorgen, dass sich jeder ein Handy und ein Brot leisten kann, ja, ganz polemisch gesagt, sondern es geht um deinen Betrieb, bleib bei deinem Betrieb, redet nicht immer vor Selbstversorgung, von Entwicklungsziele, der UNO, kein Hunger in dieser Welt, das ist irgendwo, wenn du das zu deinem Problem machen willst, dann mach es, aber dann jammer nicht. Genau, dann muss dein Anspruch sein, die billigste Milch auf der Welt zu produzieren, du freust dich, wenn du noch weniger kriegst für deine Milch, weil du sagst, ich bin auch so effizient und du sagst jetzt was, das hat der neue deutsche Landwirtschaftsminister gesagt, der hat genau das gesagt, er hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe als Landwirtschaftsminister, das ist Sozialpolitik, dass sie den Menschen Lebensmittel leisten können, ja, da muss sich wer ansteuern, da müssen Löhne passen, da müssen vielleicht bei den Wohnungen was passieren und da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, da ist mir das bewusst oder ist das schon so indoktriert, wir glauben immer, wir müssen alle Probleme in dieser Welt lösen, Selbstversorgung, billig muss es sein und ich höre schon bei den Bauern, naja, es wird schon schlimm, weil da wird sich nicht mehr jeder Joghurt und einen Kass und eben ein Brot immer leisten können und ich denke mir, ja, hoffentlich, das wäre ja schön. Ich kriege die Hände nicht mehr, aber ja, endlich. Ja, genau, ich denke, Gott sei Dank, endlich, ja, nein, schon wieder, also wir wollen alle Probleme in dieser Welt lösen, oder? Genau, und warum darf jeder in dieser Welt stolz sein auf seinen Beruf und sagen, dass er Geld verdient und nur in der Bauernschaft herrscht eben die Stimmung erstens muss man sagen, es ist richtig scheiße, das Landwirt, du stehst am 5.30 Uhr auf oder am 4.30 Uhr, es ist so zahre, ich sage, das verdienen du hast nichts. Warum ist diese Haltung so da? Warum? Weil es oft so ist, das ist mir schon bewusst, ja, also es ist auf vielen Betrieben hart und es wird wenig verdient auf vielen Betrieben, aber ich würde mir so wünschen und ich würde mir so freuen über jeden Betrieb, der wieder sagt, ich bin Landwirt, weil es schön ist und weil ich gut Geld verdiene und das mit Stolz und Freude und das erzeugt Attraktivität und ich glaube, warum wir uns so viele Probleme zu eigen machen ist, jeden Problem hoffen, dass wir Wertschätzung kriegen, wenn wir es lösen. Darum sagt man, Welternährung, es gehört uns, wir beagern jeden Blühstreifen, Welternährung, damit irgendwer irgendwann einmal sagt, danke, dass es euch gibt. Das wird aber nicht kommen, weil in einem Rohstoffmarkt sagt niemand, danke, dass es dich gibt. Dem bist du als Einzelner wurscht, der denkt in Tonnen oder in Schussballungen. Genau, das ist jetzt, nehmen wir einen Erdölscheich her, wir gehen ja nicht her und schreiben einen Erdölscheich in Saudi-Arabien jeden Tag einen Brief oder E-Mail, du danke, dass du da so rausgebummst, weil ich kann jetzt mit dem Auto fahren, sondern ganz einfach, ich zähle an der Tankstelle dafür, wir wissen, die sind alle milliardenschwarze, sind reich, das ist das Danke. Der braucht kein Danke, weil der sagt, du überweist mir eh, jeden Tag überweist du. Passt, alles erledigt. Und das heißt, wenn wir es jetzt an den Punkt bringen und jetzt nehmen wir uns ein bisschen, glaube ich, schon im Schluss, aber eigentlich ist das unsere Sehnsucht nach Anerkennung, oder? Eigentlich sind wir so bedürftig nach Wertschätzung, dass wir gebraucht werden, dass wir eigentlich noch eine Berechtigung haben in dieser neuen Welt. Es ist einfach der verzweifelte Versuch, Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren, was wir leider nicht mehr kriegen. Und darum kommen dann zusätzlich zu allen Problemen, die wir haben, auch noch so die Aufträge oder gut gemeinte Ratschläge. Geht's auf Instagram, macht's Videos, seid's auf Social Media aktiv, zeigt's das bäuerliche Leben. Damit das Sinn macht, musst du einmal sehr genau wissen, wo du bist, weil wenn du da oben bist, dann sag's bitte nicht her, weil das verunsichert die Konsumenten nunmehr. Wenn du da unten bist, kannst du das schon machen, wenn du glaubst, dass das was bringt. Aber das ist ja alles nur dieser Versuch, eben Wertschätzung zu bekommen, wie du sagst, und da finde ich einen interessanten Punkt, Wertschätzung bekommst du ja für geteilte Werte. Das heißt, wenn du Tierwohl machst, bekommst du von Menschen Wertschätzung, die Tierwohl gut finden. Und in der Landwirtschaft neigt man oft, die ganze Gesellschaft sozusagen herzunehmen. Jeder muss uns wertschätzen. Aber es wird dich ein vegan lebender Mensch niemals wertschätzen für deine Tierhaltung, wenn man es noch so toll ist, wenn du einen Streichel zu hast. Der wird es nicht gut finden, weil er nicht gut findet, dass Tiere geschlachtet werden. Und darum müssen wir schauen, was sind denn die Werte der Gesellschaft, welcher Bevölkerungsgruppen und wo kann ich diese Werte bedienen, weil nur dann kriege ich Wertschätzung. Und wenn wir jetzt halbherzig in das Thema Tierwohl reingehen und das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann und auf den Zehnten Meter genau hinterrichsen, wie die Liegebox sein muss, damit es den Richtlinien genügt, dann entspricht es nicht den Werten von Menschen, die wirklich auf Tierwohl Wert legen. Sondern denen wäre es lieber, du würdest das 13 Meter länger machen oder besser oder breiter oder mehr Stroh einstrahlen als gesetzlich gefordert. Und da sind wir wieder so beim Ich. Du musst schauen, was sind denn deine Werte. Ist dir das was wert oder nicht? Und darauf aufbauend musst du schauen, welches Problem will ich lösen. Müssen tut keiner was. Darauf darfst du schauen, welches Problem willst du lösen und dann kannst du ein Geschäftsmodell bauen. Und in der Landwirtschaft starten wir immer aus und wir schauen, was will ich machen? Ziegenkäse kann man machen, Rinderkäse, Rinder kann man machen, Milch kann man machen, Schweine kann man machen und dann schaut man, was ich mache. Aber die Frage, was will denn ich? Was sind meine Werte? Was ist meine Identität? Was sind meine Begabungen und meine Fähigkeiten? Die trauen wir uns irgendwie viel zu selten zu stellen. Das heißt, ich war jetzt in Niederösterreich bei einem Schweinebau und der hat einen Tierwohlstall gebaut und ich bin da hingekommen, habe mich gefreut und er hat mir den Stall gezeigt und da war null Begeisterung da. Und dann habe ich gesagt, warum hast du ihn gebaut? Ja, hat er bauen müssen. Förderung gibt es dafür und was der Vollspalten gewohnt, geht nicht mehr. Da sage ich, ja, und was hättest du gerne wollen? Ja, einen Vollspaltenboden. Und das heißt, das müssen wir wahrscheinlich auch anerkennen, es gibt einfach Bauern, Menschen, sagen wir mal so, so wie halt überall, die wollen eigentlich Rohstoffproduzent sein. Der will wie der Erdölscheich sein, dem ist das wurscht, der sagt, ich schere mich nicht am Tierwohl mehr, mir ist das eigentlich alles wurscht, ich will einfach Fleisch produzieren, so effizient wie möglich und ich will keine Arbeit haben damit und fertig. Das ist ja nicht negativ. Aber der will jetzt da die Produktführerschaft, aber er ist als Mensch selber dafür gar nicht geeignet, oder? Das ist das Riesenproblem. Ich muss das quasi konsistent machen. Wenn ich sage, ich will aber produzieren, dann darfst du das machen und du wirst, wenn sich andere Betriebe aus dem Markt entfernen, auch Geld damit verdienen. Das geht. Also der Kugelschreiberproduzent, der chinesische, verdient auch Geld. Aber du darfst nicht verlangen, dass jemand sagt, danke für dein schönes Produkt. Das wird nicht passieren. Da gibt es keine Wertschätzung, da wird keiner sagen, super, du hast den neuesten Vollspaltenboden, sondern Punkt aus. Der Rohstoffhändler wird dich schon wertschätzen, weil er sagt, Wahnsinn, du hast deinen Betrieb im Griff. Dass du mir das liefern kannst zu dem Preis, nicht schlecht. Alle Achtung. Der wird dich, aber auch wieder nicht für das Produkt, sondern für den Prozess, also für deine Produktionsanlage. Und diese Abkürzung gibt es nicht. Du kannst nicht glauben, dass du Rohstoffe produzierst und dann wird der Danke gesagt und bezahlt wirst wie für ein Apple iPhone. Das geht sich nicht aus. Ein schönes Schlusswort. Lieber Josef, mir stößt teilweise die Ganselhaut auf, weil das Gespräch mit dir so inspirierend ist. Und ich muss auch sagen, ich habe vorher noch nie wen kennengelernt, der was wirklich so am Punkt bringen kann, wie du. Ich kann dir nur gratulieren und muss wirklich sagen, dass du diese Zukunftsfarm gegründet hast. Zukunftspunktfarm. Ich kann nur jedem raten, dass er da wirklich reinschaut. Wir werden mit Josef sicher zusammenarbeiten. Mein Ziel ist es ja und ich bin total intrinsisch motiviert, die Landwirtschaft in die Zukunft zu bringen. Dadurch ist es auch möglich, glaube ich, dass man diese Energie aufbringt, weil wenn das für mich ein Job war, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Du bist genauso intrinsisch motiviert. Warum auch immer, wahrscheinlich hast du irgendwann einmal mit drei Jahren irgendein Erlebnis gehabt, was du gar nicht mehr weißt und willst Bauer werden. Also ich glaube schon, dass dieses Thema Selbstwirksamkeit auch ganz stark ist, einfach wenn man es so stark erleben kann und das ist für mich doch einfach ein schöner Moment, immer Wirksamkeit zu erfahren in solchen Situationen, in Workshops, aber auch auf der Landwirtschaft. Also wir werden, und das verspreche ich dir, wir werden die so gut wie es geht einbeziehen. Ich hoffe, dass ganz viele Bayerinnen und Bauern die Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu kommen und ich glaube auch, ein ganz schönes Signal an unsere Konsumentinnen und Konsumenten ist, dass man, glaube ich, wirklich auch daran interessiert ist, die Landwirtschaft zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es wirklich, ganz viel in die Produktführerschaft aufzubringen, dass ganz viel aufstehen und sagen, ich will das beste Produkt produzieren und nicht das billigste und da brauche ich kein RTK-Signal am Traktor, sondern da fährt auch kein Roboter über den Ocker, sondern ich spüre vielleicht noch mit meinen Händen, mit meinen Füßen, was da sich tut. Aber das wird die Weichen stehlen und es wird wahrscheinlich all drei Systeme weiterhin in Österreich geben. Aber ich glaube, dann wird sich vielleicht dieses Jammern und Sudden ein bisschen auflösen, weil der, was nur produzieren will, der wird irgendwann einmal erkennen, keine Wertschätzung, Wertschöpfung kann man natürlich auch erlangen, über die Masse, da wird aber nicht jammern, aber die anderen werden die Wertschätzung erfahren und auch natürlich einen gescheiten Produktpreis generieren, weil ich glaube, das haben wir auch bei mir im Heimatgold gesehen, es gibt für jeden Markt Kunden. Wir sind auch nicht die billigsten beim Heimatgold, weil ich kaufe ja die Würstelteile rein, direkt vom Markt, als wie was der Spar im Verkauf hat. Und trotzdem haben wir unglaublich viele Kunden und sind begeistert. Und so werden auch diese Bauern, die was in die Richtung Produktführerschaft gehen, die werden ja eine Kunden haben. Aber wir haben vielleicht nicht mehr Selbstversorgung, aber die ist auch nicht notwendig. Es gibt ja die ganze Welt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das Schönste, was uns passieren kann, ist, wenn die Produkte wieder einen Wert kriegen. Absolut. Und darum glaube ich definitiv, dass es eine Zukunft gibt für die bäuerliche Landwirtschaft, auch für die kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft. Und wir müssen sie in die Hand der Bäuerinnen zurückbringen. Das heißt, jeder Landwirt, der auf seinem Betrieb wie der Kapitän ist, ist einer, der sicherstellt, dass es Landwirtschaft in Österreich gibt. Danke. Schöner konnte ich es nicht sagen. Wir wollen nicht nur Hoffnung versprühen, sondern wir sagen heute da ganz klar, es geht weiter, es gibt eine Zukunft für die österreichische, für die bäuerliche Landwirtschaft. Und ich bin überzeugt, wenn ich nur auf meinen eigenen Hof denke, der ist jetzt 800 Jahre alt. Und ich bin überzeugt, dann gibt es noch weiter 800 Jahre. 100%ig, weil das Feier weitergeben wird, weil die Begeisterung weitergeben wird. Und das ist hier die Aufgabe von all österreichischen Betrieben, dieses Feier immer wieder in die nächste Generation zu bringen. Wir haben jetzt große Herausforderungen, aber das haben sie vor 400 Jahren 100%ig auch schon gehabt. Große Herausforderungen. Das wird nie aufhören. Keine Generation wird einfach nur so durchmarschieren wie auf Wolke 7, sondern für das leben wir und für das sind wir da. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Und ich denke, der Podcast, der gibt euch ganz viel in die Hand und es ist vor allem eine geistige Nahrung und die brauchen wir ganz, ganz dringend. Und ich kann nur Danke sagen und ich glaube, da gibt es eine Folge, auf alle Fälle, mit einem weiter, eine Folgeversion, so will ich das sagen. Danke, Josef. Und das Schöne ist ja wirklich beim Podcast. Das höre nicht nur ich, das Gespräch. Das hört ihr da draußen. Und um das geht's. Danke fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächste Folge von Wer nichts weiß, muss alles essen. Dankeschön. Das hört ihr da draußen.